Komm mit Auto Achtung good job and so das wird sehr sauberer Arsch Platscher Schleichen wir uns mal an diesen Mann heran Hey du, hey, weißt du was? Du bist gefickt Oh, er bleibt einfach im Zaun hängen Wo ging das an? Oh Ich muss meine Übungen auch machen Das ist ausstrengend Ah, scheiße Komm ich helf dir, lass mich dir helfen Komm mal raus, du schaffst es Ich schreite zur Tat, aber ich glaube dieser Mann ist verloren Vielleicht kann ich ihm mit diesem Auto helfen Ey, wie ich aber Komm mit Auto Benifrecht hat dir das irgendwie geholfen Das Auto abzulecken Jetzt sieht man ihn wenigstens nicht mehr Jetzt ist das alles ein Problem der Havatech Schnell weg Ich stolpe einfach über alles drüber Ich werde doch erst nicht in diesen LKW rein stolpern Oder vielleicht doch Von am Auto vorbei Dann liest jemand die Preise aber ganz genau Warte mal, warte mal Wenn ich jetzt ein Auto hätte, wieviel müsste ich tanken? Lass mich dir helfen, mein Freund Ich brauch das hier mal Volles Auto abgeschmissen Den LKW Also wenn ich das Ding nicht hinbekomme Ist das ein Ding? Ich hab'n Jetpack Okay, los geht's Es ist schwierig Dieses Jetpack ist sehr schwierig zu steuern natürlich Die Ziegen-Technik ist da noch etwas weit hinten dran Wie fliegt man denn mit dem Ding? Meine Ziegen, ich schmeiß die ganze Zeit Nein, hä? Ich hab doch irgendwie umwucht, wisch? Das Jetpack ist überhaupt nicht cool Sag mal, was ist das für'n Scheiß? Ist das ja wohl der letzte kack? Ich dachte man kann das irgendwie lenken oder sowas Aber nein, ne Doch vielleicht doch Also geh mal kurz raus Ich mach das noch das Jetpack an Achtung, ohne irgendwas zu drücken Und an Man fliegt kurz gescheit ne? Aber dann doch nicht Ich schaff das! Ich schaff das! Ich flieg! 한다 Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ah, ich weiß was Oder auch nicht Ich dachte, es ist deutlich cooler hier Aber man kann so ein bisschen, geht es schon, man kann ein bisschen steuern. Also nicht wirklich, voll cool und so, weißt du Und auf einmal bin ich voll der Jetpack. Oh scheiße, mir kann keiner erzählen, dass es cool ist, außer man könnte es gescheit lenken, dann wäre es echt cool So, da gehe ich jetzt hoch mit dem Jetpack. Ja, 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 da unten ist alles voll mit Dingen. We little sex, you know Ich ranne hier noch kurz hier in diesem Laden mit meinem Jetpack. So, Madame, kann ich Ihnen was zeigen? Schauen Sie mal Und das war kostenlos. Das, was ich denke, wenn ich da lang gehe. Ich bin nach Halvete. Wir kommen in Halvete. Hier ist es aber schön. Man kann in die nächste Area gehen I can't believe it. It can't beat. It must be a trick or something like that. Wow, guckt euch das an. Okay, ich würde sagen, hier ist noch einiges an Stoff für eine weitere Folge Es werden eben mehrere Folgen. Ich schnippe es jetzt zusammen. Das ist so dumm schwätserwisch. In der nächsten Aufnahme-Session erwartet euch, dass Seid gespannt. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Deine Mutter schickt nach Fisch und Kartoffeln Ja, naja. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.